Gebietsbenachrichtigung Der Dienst Gebietsbenachrichtigung informiert Sie, wenn Ihr Fahrzeug bestimmte von Ihnen definierte Bereiche verlässt oder in diese einfährt. Die Gebietsbenachrichtigung lässt sich in der MyScooter App ganz einfach verwalten. Um einen neuen Bereich zu erstellen, wählen Sie Gebietsbenachrichtigung und tippen Sie auf Erstellen. Geben Sie dem Bereich einen frei wählbaren Namen. Tippen Sie auf die Karte und definieren Sie den gewünschten Bereich. Wählen Sie aus, ob Sie bei der Einfahrt oder bei der Ausfahrt Benachrichtigungen erhalten möchten und wann Sie benachrichtigt werden möchten. Speichern Sie den Bereich und aktivieren Sie ihn. Sie können bis zu vier Gebietsbenachrichtigungen gleichzeitig aktiv haben. In der Kachelbenachrichtigung werden Sie informiert, wenn die von Ihnen definierten Ein- oder Ausfahrten erfolgen. Gebietsbenachrichtigung Ihr Saberstасchme